Hallo liebe Minecraft-Volente und herzlich willkommen zurück zu Minecraft ähm... 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 ich denke mal, dass ich das... hier hin... machen werde... hier runter... so, und... die Sonne geht gerade unter, das passt perfekt und können... uns mal schlafen legen... hey, jetzt kommt doch aus dem Weg zu gucken, wie geil! und... morgen, oder eher gesagt, genau, jetzt müssen wir nämlich aufbrechen... und massenweise Sand... äh... Platz... äh... massenweise Sand... äh... ich hätte gerne... eine Schaufel... aber wir haben ja... rein gar nichts da... jetzt haben wir was da... oder man muss mal... vier davon... so... die Tür offen lassen... damit das Ding rausgehen soll... ganz ruhig... ganz gemütlich zu unserer Pfandmähler und bei solch jetzt fragt ja warum ich meine wir wollten beide Stauberspielen zwar auf diesem Berg mit Maulot von der Bauern von der Hütte hin Prozent Prozent in den Bergflächen überlegt weil ihr könnt ihr doch gern was die Komponente von willkommen an Vorschlag Prozent und zwar hat mich mir dazu gedacht dass ich da ein Klapp von dem Bau mit einem Lüge verweichert auch Klappraum so so wie sie sind sie genau kaum weiß wird aber ich werde auf jeden fall eine menge und die erste Schaufel ist gleich dauernd ist leicht wie man im Hintergrund bei Juju wird man das nicht erkennen, das jetzt auch bei mir gerade hinter den Rüstungsanzeigen ist ein ganz leichtes Haus da wird da wird da wird so und da nur oder mal gucken und das heißt jetzt alles mit krat haben ja noch nicht und jetzt anhalten 1 über aber den vierten denn das ist nicht wichtig das heißt noch lange nicht um und steuern gut aber er hat gesagt in meinem Leben dann aber jetzt erde dabei noch weiter ich habe mir doch noch eine ganze reine dann das auch alles noch ist wie dunkel ja wir sollten nach hause die Untertitelung des ZDF, 2020